ja mein Kratz unglaublich hat jetzt fast alle meine Prüfungen bestanden seid ihr bereit für die ich schaue ja ja es ist nicht los geht's der Schauter ist ja aber es ist nur es ist so etwas schnell ich hoffe für den Showdown reicht meine Festplatte noch ja mein Karte wieder mitnehmen zack 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 Prozent zack 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 und fertig ich verstehe also wichtig wichtig bitte bei der nächsten Minecraft fahrt nicht aussteigen ist gerade eine Backup-Datei zu machen egal machen wir nicht sicher da sind noch zwei Minecraft ja äh wir machen noch eine ja dann bis dann ne gut kopie gemacht spieler 1 bin natürlich ich der Boss hast du mich gerade angeschoben nö eigentlich nicht und wir haben schon eine Vermutung angestellt dass die Fahrt ja so unspann wird dann so für A steht ja wie sie das vorhin schon gemacht hat ein Schwebnis und es scheint auch so ähm ja äh ich bin nicht oben angekommen ähm ähm der Typ schwebt in der Luft doch ich bin jetzt oh Mann was für ein Bug dein Minecraft schwebt Minecraft schwebt da immer noch echt ja aber das war irgendwie Bug ich glaub nicht dass das jetzt am Ding ins lag aber die Schiedenstrecke ist ja kaputt gegangen ja aber wie ich glaub die war auf satt gebaut kann das sein ja gut sein geile Scheiße das hat genial gemacht er hat es tatsächlich geschafft nun ich wusste es wird irgendwann passieren der Herr versagt und nun tut was er tun müsst und tötet mich der Hebel sprengt das Luftschiff der Hebel auf dem Luftschiff sprengt mich in die Luft ok ja und jetzt Ende oder was das war es jetzt ja und warum sollte ich jetzt Backup anlegen äh hier brennts äh Scheiße eine Wärme 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 das ist auch keine Ahnung ob das Absicht ist mir ist ja scheißegal ob es Absicht ist oder nicht da hinten geht es weiter oder das ist wie vertrohen ja das ist extra wir müssen überleben geil das ist extra sicher da sind trugen ich bin tot kannst du eigentlich ich verbrenne auch scheiße nicht verbrennen bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht ficken äh jetzt geil weg die haben Snowballs bekommen viele Snowballs und Kuchen ich hab TNT die da ist das feiert schatzt h h h vielen Dank für das spielen dieser Adventure Map Map Version 1.4 vielen Dank auch an nicht massentauglich und an Madodo LP Orangensaft das wer hat so ein anderes darf abonniert da aber nicht den Typen da vor Ort Gaming Channel bei Jürgen irgendwas Oh, ich dachte, das geht jetzt noch irgendwie cool weiter. Ne, das war's. Also ich fand die Map richtig geil, muss ich ja sagen. Ja, die war witzig. Pass auf. Ja. Dann können wir den Chefs jetzt nicht schmeißen. Geht das nicht? Kann man das nicht schmeißen? Aber ich kann dich in die Luft sprengen mit Titi. Dann schmeckst du dich zwar selber auch in der Luft, aber... Bist du dumm? Was machst du? Hehehe. Haha, ich bin doch. Du brennst, du brennst zu Tode. Brenn, mein Freund. Brenne! Brenne! Wow. Okay, wer hier Leben drunter kommt. Ja, das ist kein Problem. Kannst runter springen. Das meine ich nicht. Bist du jetzt ernsthaft runtergesprungen, du Feufersten? Mensch. Wollen wir die Aufnahme vielleicht mal beenden? Ne, ich find's eigentlich ganz witzig hier so. Weißt du, warte. Weißt du, was war's? Weiß was? Stimmt, das wollte ich mir... Das, das, was da jetzt ist, weil da ist... Nach da hinten kam auch noch ne Leitung. Nicht die Red Zone Leitung, oder? Da irgendwie, von da... Da war das Haus. Und ich will mal gucken, kurz was... Wie beenden die Aufnahme jetzt noch nicht? Wir gucken's noch einmal. Ja, dann nicht die Red Zone Leitung. Und der folge ich jetzt. Ich auch. Da kommt was. Das Zombie. Achso, da kommt noch was. Alter! What the fuck? Der will doch das mit der folgen, oder? Ach, da wurde dann so ne Scheiße gesch... Ach, das haben wir nicht gesehen. Lass das... Löst das nochmal aus. Was? Löst das nochmal aus. Nicht nehmen, nicht nehmen. Löst das nochmal aus. Ich will das sehen. Okay. Oh, mit dieser geilen Musik. Happy End. Wir haben's geschafft. Red Stone. Torch. Ach, deswegen hat das so gebrannt. Ne, die Fire Charts waren da drinne. Aber hier, das hier war nur so, äh... Das war so schön aussehen, oder dich? Alter, das passt so perfekt, aber die Musik ist so scheißlaut. Die Musik ist so scheißlaut, ey. Aber ne? Oh, geile Scheiße. Das hat echt geil ausgesehen. Und mit diesem epischen Schlussmusik beenden wir, würde ich sagen, diese Adventure mit, ne? Würde ich auch sagen. Ne, da vorne ist noch was. Was ist das da? Da eins. Was soll das sein? Da war so da eins. Wieder war ne eins. Das war da eins. Egal, komm, wir beenden jetzt die Aufnahme. Also, Leute, bis zur nächsten Folge, ne? So, ciao.